Ja, oder mit'n Mod. Ja, oder, äh, Fly-Mod, äh... Hoffel. Ich hab' jetzt vier Knochen und vier Pfeile. Ey, ich witte, der Creep heißt da... Ich witte, da sind noch die Zombies und sowas, ey. God, kotzt mich das grad an. Mhm. Ich will erst mal sehen, wie... was... was unser Haus für'n Damage hat, ey. Ganz für schöne Sandstein, Alter. Unser ganzer Inventar und alles. Boah, ich werd' das klar, dass und alles ist voll kaputt. Und das... ey, wenn der Ofen weg ist mit dem Eisen... Ey, boah. Wir haben jetzt genau eine Stunde aufgenommen. Und im Prinzip... Im Prinzip sind wir jetzt genau so, wie als wenn wir gar nicht aufgenommen hätten. Oh, fuck. Da ist Eisen und ich hab' nicht... Fuck, wie viel Eisen. Fuck. Hopp, das müssen wir uns merken hier. Da ist dahin unser Haus, also kommen wir hierher, später zurück. Ich brauche das Eisen. Ey, unser Haus sieht von hinten eigentlich noch ganz okay aus. Das ist echt so. Und jetzt kommen wir rein und alles ist kaputt. Ja, aber sogar die beiden Fackeln stehen da noch. Und hier ist... hier ist auch ein Hundi am Chillen. Ach du heilige Scheiße. Ich seh' jetzt schon, was der Creeper angerichtet hat. Ähm, ja. Boah. Ja, das ist einiges. Oh, ich geh' mal hoch und hübs' mir das alles. Ey. Du weißt, ich hatte das Eisen, gell? Boah, geil. Schau' mir mein Eisen, man. Aber egal, das tun wir eh alles wieder. Scheiße, ey, so viel ist das eigentlich gar nicht. Oh, mein Inventar ist jetzt noch halb voll. Also ich also... Ey, ganz ehrlich, so viel hat er gar nicht weggesprengt. Ich hab' voll Glück gehabt. Vor allem mit dem Holz. Wenn da jetzt gleich noch ein Creeper kommt, ey, dann raste ich aus. Lass' mal Deckelkurs reinzunehmen. Boah, ich hab' sogar genau die richtige Anzahl an Sandstein wieder aufgenommen. Hast du den? Nein, hab' ich nicht. Ey, der Ofen ist noch da. Hast du den Ofen noch? Ähm, Ofen? Warte, hast du noch Sandstein? Sandstein hab' ich nicht. Ich hab' drei Eisen, vier Kohle. Ey, ich geh mir meinen Eisen nicht. Ich hab' vier Eisen-Ohr, also drei Eisen-Ohr, acht Eisen. Vier Kohle, ein Leder. Ich hab' zwei Sandsteine. Warte, hast du unseren Ofen? Ne, den Ofen hab' ich nicht. Hast du den? Nö. Fuck, da war das Eisen drin. Nein. Warte, ich guck mir eben unten nach. Hier ist noch ein Schwein. Ach, du Hurensohn-Creeper. Ach, ich hasse dich einfach noch. Ja, super, jetzt hab' ich mir noch eine Crafting Table gemacht. Leck mich auf. Hier ist noch Eisen. Echt? Warte, ich baue es schnell ab. Gott. Wie, du baust es ab? Ja, ich hab' ja ne Spitzhacke. Scheiße, ich brauch' ne Spitzhacke. Ey, ich hab' zwei Äxte. Ja, Äxte bringen die hier unten relativ wenig, mein Süßer. Fuck. Geil, dann machen wir uns schnell sowas. Warte, das war's hier unglaublich auch schon an Eisen. Dann geh' ich jetzt mal kurz an die Stelle zurück, an der, wo, äh, das andere Eisen war. Sandeisen, direkt, direkt über mir. Boah, ich hab' noch mehr, oh geil, noch mehr Eisen gefunden. Boah, Junge, wie viel Eisen hier ist. Nice. Boah, wie Korall. Ja, ich geh' zu der Stelle zurück, wo die vier Eisen waren. Hoffentlich ist da noch ein bisschen mehr. Oh fuck, Alter. Richtig viel ist weg. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, no. Ein Break. Ach, der Break. Oh, hier ist noch Kohle. Alter, ich glaub' ich hab' acht Eisen. Ich hab' grad Eisen. Ja, ich hab' gar mehr als acht. Und hier ist noch alles voller Kohle. Boah, nice, Junge, nice. Ich brauch's mir ne Fackelin. Ja. Ich schwör's dir, ich hab' jetzt hier schon, ich hab' jetzt 17 Eisen, oh. Echt? 17? 17. Und hier ist alles noch voller Kohle. Ich hab' acht Eisen. Warte, ich komm' zu dir. Verpiss dich. Hier ist mein Lager. Du hast ja grad voll die gruselige Mucke. Gib mir Alkohle. Geh' mal weg. Verpiss dich mal. Alter, guck mal. Aua. Aha. Mein Fackel. Halt, sonst wird noch einen Sandstein. Hast du Sandstein? Sandstein? Nee. Aber ich geh' mal hier hin. Bleib bloß weg von mir, Mann. Der Creepo ist. Nein. Du. Versuch mich nicht schon, wir hier unterm Sand lebendig vergr... Bist du... Gott, ich bin grad hier in der... Eisen. Eisenhöhle. Wir müssen gleich... Ah, hier ist Sandstein. Ich hab' Sandstein. Genau drei. So. Ich hab' fünf. Ist alles wieder zu. Warte, ich... Wieso haben wir jetzt zwei Crafting Table? Moment mal. Weil ich außerdem eingemacht hab'. Puh. So. Okay. Dann... Oh, bin ich wieder. Ähm. Der Recht ist... Ja, fahr's auch kurz weg. Okay. Okay. Rechts ist dann mein Ofen und dann links ist es deine, okay? Machen wir so. Ja, hat jeder seine eigene Sachen. Ja, okay. Von mir aus... Puh. Dumme Idiot. Kann man Wunden-Steps verbrennen? Nee, kann man nicht, leider. Ähm, ich hab' nämlich... 14 Kohle nur noch. Echt? Ich hab' noch... Zwei. 14 Kohle und 17 Eisen. Du Arsch, du war'n bisschen. Ihr meint doch, links ist meiner, rechts ist deiner? Oder wie war das auch? Ja, und? Warte, Digga. Haben wir noch überhaupt... Warte, wir müssen jetzt... ...dass wir hier wieder eine Truhe hinbauen. Oh, scheiße. Hast du noch Holz? Ey, jetzt lass mal schnell Holz hacken. Hast du noch Holz? Nö. Ein Wundenslap und ein normales. Ich hab' gar kein bisschen Holz mehr. Na, ich mach' schnell mein Eisen fertig. Aber das reicht doch. Ja, okay. Ich mach' mir gleich eine Schere, also... Gib mir mal bitte... Gib mir mal bitte Holz. Ich hab' kein Holz. Nur eins hab' ich noch. Hier. Ein normales? Achso, ne. Ach Gott, ein Wundenplank. Meinst du Wundenslap oder was? Ich mein' ganz normales Holz. Ach, das hab' ich gut gemacht. Hast du ne Axt? Ja, ich hab' noch ne Axt. Gut, dann geh' ich jetzt schnell ein bisschen... Halt, ich kann da auch eine geben. Nee, deine will ich nicht, du Gypsy. Chill, ich brauch Holz. Warte auf mich. Warte auf mich! Ich brauch' nur so viel, dass ich mir... Hallo, da, so. So, dann nimm ich die Sachen halt mit. Boah, ist ja voll das Eisen hab' ich hier am Start. Du Arsch! Arsch! Hallo! Weg da oben! Arsch! Komm schon, hier, Holz! Wir sammeln jetzt erst mal ein bisschen hier, weil, äh, hausfertig und so, weiß. Ja, aber das Haus muss erst mal fertig gemacht werden. Jupp. So. Und es wird wieder dunkel. Nee, oder? Am Arsch, Alter. Also, ich komm' mal schnell zurück, ich hab' eigentlich schon... einiger mal... Fuck, es wird wieder dunkel. Ich will aber noch einen Baum. Oh, was, das leckt mich doch. Dann hat kein Baum. Wie viel Holz hast du? Ich hab' neun. Nee, 15, 14 so. Ich hab' elf. Ja, das reicht auf jeden Fall, um die Decke zuzumachen. Ich brauch' dich schreien. Ja, doch, drop doch was, du kleine Missgeburt, ey. Ey, wenn du so mit dem Schwein redest, dann hast recht nicht. Ist mir scheißegal, wie ich mit dem Schwein rede. Hundi, komm mit. Wo ist mein Hundi eigentlich? Ich hab' auch wieder vergessen, wie mein Hund heißt. Ein Valdi, genau, mein Hund heißt Valdi. Dein Hund hat sich grad in, im Fenster ausgeschüttelt. Fuck, Alter, wir brauchen auch noch Fenster, gell? Ja, ich mach' erstmal die Decken. Hast du noch Sand? Nöööööö. Scheiße. Ich geh' schnell raus und... Okay, nee, doch, nicht eigentlich wer schlecht hier. Ich kann zwar Truhen machen hier. Sind aber voll aufpacken, hau- Hast du noch... Hast du noch zwei Holz für mich? Nee, warte, ich hab' jetzt noch. Okay. So. Ähhh... So. da mache ich auch schnell eine truhe ich warte ich habe schon zwei gemacht ja ich habe hier jetzt ich habe einen fall gefunden wir machen wir sind jetzt welche wessen die wohnen sind jetzt welche also ich meine hier neben ein bett und mein bett stelle ich mal hier und was sitzt jetzt du arsch ja man ich habe ein schwert gefunden was du hast glaube ich auch meine sachen penner ja ich mache mir gleich ein eisenschwert mache ich schon habe ich schon fast eisenspitzhacke habe ich jetzt noch und mehr kann ich nicht machen aus einer eisenschaufel ich reiße das mir alles wieder ab an den boxen kohle nämlich kurz noch nicht warte lass mal die beiler sieht wie alle scheiße aus lasst mich das mal symmetrisch symmetrisch anordnen nee oder es regnet das waschen händen also damit regnen auflöst ich mache das jetzt so dass das schön symmetrisch aussieht ok das muss man muss hier unsere zahl 1 2 3 kommt ja nur 7 was er muss man kommt es dahin wort wo sind jetzt die beiden hoffen wenn jetzt ein creeper kommen ich raste so aus dann kann ich links meine beiden boxen die tun meine beiden chefs und rechts hatte ich ich spende die diese hier ich habe doch mal das ist schon er ist die der halle los aber ich habe hier noch meine privaten lassen wir machen dass jeder zwei erörter mache ich ja auch noch vier kisten kam die locken was kam wir hier verschließen wunde oder was ich hatte mal das gar mal so ein mord da konnte man die verschließen ja wir brauchen ganz gleich sand später ah es legt das war pennen gehen ja lass schnell gleich pennen gehen was ich will mir aber noch kurz den stein schmerz aua es legt so hart ein bild pro sekunde so also jetzt liege ich warte ich liege auch gleich komm socker schnell oh mein gott schnell socker 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 ist mein gott socker ist mein gott socker ist mein gott oh fuck also er hat sich immer wieder reinkommen nicht mehr wir bauen das jetzt einfach alles zu hier ja ok ey da ist gerade ein ding geschossen lass da zu bauen wo halt nichts ist oh gott jetzt muss ich ja noch cobblestone reinbauen da kommt dann halt später links rein sieht voll cool aus ja ok dann lass da jetzt schnell das sieht so einfach scheiße aus aber dafür sieht das da hinten mit den ofen und den kisten voll geil aus zz breaker zz und es regnet immer noch ne ne es wird auch gleich ja weil du jetzt cheater machst äh schlager 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 hast du überhaupt gelernt ey lass mal jetzt äh schnell ja mach du ich ah trieper oder ich wollte schon sagen das erfarscht mich jetzt nicht so also das sieht hier scheiße aus man also ich mach das jetzt alles wieder wie es vorher war ja aber wo uns im haus ähm ich hab grad einen archer gehört ein archer ja und da ist ein verrückter pfeil hundi fuck mich nicht ab ja aber hinten die wand die bleibt äh durchgehend da wo die kisten dran stehen ja klar äh ich hab ein paar schweine gell weil ich hab irgendwie nicht mehr volles leben ja ich hab mir fehlt nur ein herzchen ja mir zweieinhalb bis jetzt nicht aber dass das voll klar geht hier und ähm bei mir leckt das auch gar nicht obwohl ich erst nur gedacht ein 20kpeg hab nur weil zwischendurch hab ich voll die fps drops aber das ist normal mehr oder weniger normal ja mein hund alter der killer mein waldi ist aber so leute jetzt erstmal hier ein bisschen sortieren so also aber finger weg von meinem ofen echt ja leute die leute die mich jetzt jetzt grad sehen die wissen naja ich sammle hier grad schweine und geh jetzt gleich holzacken wieder wir sollten aber auch ein paar bäume wieder pflanzen ja warte ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen sortieren also links ist dann meine box na ja hier unten hier unten ist auch chillig also dass mich irgendwie so im keller ja man sowieso aber jetzt später ja 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 Vielen Dank.